Glasboden da wird dann nur noch mal ein Glasdach gezogen Oh, das ist schon zu viel, so viel wollte ich gar nicht Ich wollte tatsächlich nur so machen Ja, ich merke jetzt auch gerade, dass es ziemlich doof ist, da jetzt noch mal Glasplatten zu machen, obwohl ich da jetzt weiterbaue Habt ihr schon recht, es ist schon ziemlich dumm gewesen Aber, äh, nun ist es, äh, passiert Glas, äh, Glas, Glasblock Gewesen, ich dachte, es wäre irgendwie schon ein, äh, Vieh oder sowas wieder gewesen So Wäre das so genug, nein Ich muss noch mindestens zwei nach oben Aber ich komme, das wird, glaube ich, keiner zu Weil ich hier jetzt kein, ne, Pflaster, doch, komme ich doch noch Sehr schön Dann komme ich doch noch mal so ein bisschen So So ist eigentlich auch schon ganz nett Jetzt, ich gucke jetzt mal, wo es mit der Glasscheiben wird Ne Das wird so, leider Leider, ne, da brauche ich wirklich Glas mit Löcke für Ähm Autsch So Jetzt kommt hier nochmal Ah, genau, das muss ich auch noch bekommen So Eins, zwei, drei, vier, fünf Wie dann drüber Da mache ich jetzt mal die Tür rein Na 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 Na, hä, so kann ich die Jetzt hab los, ich kann keine Tür auf Jetzt hab los, ich kann keine Tür auf Jetzt hab los, ich kann keine Tür auf Glas machen dann Das ist aber hier echt, äh Aber hier echt, äh Wieso kann ich denn hier keine Tür reinmachen? Doch, jetzt So Kommt das hier Weg 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 Und da kommt Noch einmal ein bisschen Okay, damit ich auch mal ein bisschen Ja Soll ich es da auch Farbe reinkommt Und apropos Farbe, ich hab da ja was in meinem Hauptanwesen drüben, was ich dann jetzt nochmal ausprobieren werde, das so funktioniert, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. Lapis-Ladududu? Äh, nö, tut es nicht. Na, toll, na, Knorkel. So, mache ich hier jetzt? Wo mache ich denn jetzt den Übergang hin? Nein! Oh, 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 oh! Autsch, 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 das tat weh. Nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Tut das weh. Wollte ich noch gucken, wo ich den Übergang hin mache. Ich wollte den eigentlich so da oben haben, sodass es wirklich über die Stadt geht. Über die Stadt? Ja, über die zukünftige Stadt, die ich ja jetzt gerade baue. Ne? Ist ja alles noch in der Bauphase. Ähm, hier kommt ja dann gleich. Hier kommt ein Dach hin, das heißt, das muss ich auf jeden Fall. So, lassen, sagte er und riss es raus. Jaaa, so ist doch ganz schön. Da wäre hier eine Treppe dann ganz cool. Da werde ich mir auch mal irgendwie neben die Treppe. Na? Runter. Na, runter. 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 Fein. Treppen habe ich hier ja auch noch, äh, zum Lüge, dachte ich. Ich habe gerade mal eine Idee mit der Wolle. Ich nehme mich mit. Zaun nehme ich auch mit. Da brauche ich auch mehr. Ich brauche mehr Zäune. Ich brauche mehr Zäune. Dazu brauche ich allerdings auch erstmal Stocker. Zaun war jetzt so. Wenn ich das richtig in der Rennung habe. Nein, das ist Leiter. Ja, liebe Leute, jetzt kommt's wieder, ne? Wie war der verschissene Zaun? Nur unten, ne? Ja, natürlich nur unten. 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8 müssen dann auch erstmal reichen. Beziehungsweise 12. Ich habe ja hier auch noch welche. Ja, das wird schön. Das gefällt mir. So, und zwar wollte ich jetzt gerade mal was testen. Mit der Wolle mal irgendwas gut. Mit der Wolle gerade mal was testen. Muss ich mit diesen Lapislazu irgendwas machen, wo ich das verwenden kann? Hm. Wahrscheinlich muss ich das erst nochmal schmelzen? Oder so? Hm, keine Ahnung. Ich haue hier jetzt auf jeden Fall erstmal Treppen. Oh. Holla. Gott. Was ist das denn? So ein bisschen zu viel kann man noch so machen. Ja. So. Äh, ja. Steintreppen wäre natürlich cooler gewesen jetzt. Aber so finde ich jetzt auch irgendwie was. Ich weiß nur noch nicht was. Ich sag euch dann bescheiden, wie ich es gefunden habe. So. Dann hauen wir jetzt mal hier so ein paar drüber hin. So. Wie da oben noch was? Wo? So. 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 drüben gleich mit positioniere ich die hier hin und lasse ich die Throne da drüben ich weiß nicht so genau so hier kommen dann noch ein paar Throne hin die Wand ist dann doch ein bisschen zu eng aber wenn ich hier jetzt nochmal Throne mache dann werde ich so erdrückt und so erschlagen von Throne aber okay ich würde mal sagen wir müssen uns erst mal gleich aufmachen auf neue Ressourcenjagd bevor ich hier weitermache eine Sache kann ich nochmal machen Scheiße äh Tür da ist die Tür so entschuldigung das musste gerade mal sein äh Fenster muss ich auch noch reintun Fackeln aus dem Auge noch anbringen ich glaube jetzt keine Fackeln mehr dabei ah das sind so oh ich bin nicht so blind also manchmal ne das ist schon echt ein Kampf ich wollte nicht springen die sind nicht symmetrisch das gefällt mir nicht ich will dass die symmetrisch sind so jetzt sind sie symmetrisch jetzt gefällt es mir gut nicht da das heißt auch ach ist da denn Ich weiß nicht, wo hier die Fenster hinkommen, deswegen Na, machst du So, mach ich jetzt da und Da mal Hier kommt auf jeden Fall ein großes Fenster hin Das ist schon Oh, so Äh, ja Der hat mich wohl gesehen, würde ich mal sagen Dann begrüßen wir ihn nochmal Tja, Leute Ohne mich einmal zu treffen Tja, ja, ja So Was, das wurde ich doch gar nicht Vielen Dank.